Großfusion geplant. Die Deutsche Wohnen AG will den Konkurrenten GSW Immobilien übernehmen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein entsprechendes Umtauschangebot an die GSW-Aktionäre beschlossen, teilte die Deutsche Wohnen am Dienstag mit. Kommt das Geschäft zustande, entstünde nach Börsenwert und Zahl der Wohnungen die zweitgrößte private Wohnimmobiliengesellschaft in Deutschland. Der Deutsche Mieterbund sieht die bevorstehende Großfusion auf dem Wohnungsmarkt mit Sorge. Sie könnte seiner Ansicht nach steigende Mieten und eine Verschlechterung für die Bewohner zur Folge haben.